Das gefällt mir nicht oder das gefällt mir aber wirklich nicht. Wow, diese Ulti. Oh, ist schön. Oh, Alter. Oh, Alter. Erstmal Damage raus. Oh, ich habe keine Ulti. Leider. Die sollten aber immer killed sein, oder? Oh, dieser KS. Oh, ich komme nicht an die Janna ran. Drei Sekunden habe ich Ulti. Oh, komm schon. Jetzt habe ich extra geulti, ey. Tut mir leid, dass ich den Kill bekommen habe. Ja, ich... Egal. Nein, vergiss es, vergiss es. Ich will nie wieder jemanden. Der Schass ist so stark, das regt mich auf. Ja, ich mache jetzt Nautilus. Ich habe den Main. Der Markus muss Nautilus da Plan machen. Der ist aber echt extrem. Nervig. Die einen Schuh hat es halt. Okay. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe nicht gesehen, dass die Morgana nicht von uns ist. LOL. Ja, keine Ahnung. Das kann man mal machen. Ja. Ja. Muss man auch nicht. Oh, Riot muss sterben. Riot und Rito. Nice. Rito. Mach das im Old Chat. Komm zu mir. Kontinu. Ja. Ja, Olaf jetzt. Im normalen Chat bringt es nicht vieles zu schreiben. Ja, das ist ein Pink-Wort. Oh, das gefallen wir nicht. Oh. Oh, schade. Oh. Er hätte keine Vision, als habe ich selber draufgefallen. Da ist übrigens ein Boot. Oh, Rito. Ich gang Mitte wieder. So close. Unglaublich. Ich habe drei Stecks ab. Ach, komm schon. Ah. Die Nose. Der ist alles. Er ist Top. Mach dich hoch. Der ist wieder Top. Der ist wieder Top. Dann lass mich einfach da. Er ist mitlässig. Ich komm wieder bot lane. Ich spür das, ich hab das im Hämorrhoiden Okay Mit den Hämorrhoiden Richtig Hämorrhoiden Hab kein Ultimate Mit den Hämorrhoiden Ich hab U-Ring gesehen Ihr könnt das Roste probieren Ich hab über Hämorrhoiden verstanden Bleib einfach da, Shako Ich weiß nicht, dass das ein Wort ist Uuuuh, warte, bleib mal kurz backgraves, ich will das sehen Oh richtig geil Richtig geil Ah, das ist mein Klon, der Noob Zwei Leute mit Klon Oh shit, da ist jemand Das ist der Job Shako Wir müssen ein bisschen weg, die können uns ganken No Ich hab TP, wenn sie ein Wort hat Ich hab mein Tod im ersten wieder eine halbe Minute Alter, ist der Tanki Oh shit Geh da rüber Ach komm Die Morgana, die überlebt Ah, ich nenne den Blue-Buff Ähm, Morgana Morgana Töten, töten Pass auf, da kommen drei Leute zu euch Ja, da kommen drei Leute Zwei, guck mal einen Spot Jesus Christ, da ist ein Wort Jesus Christ Ich hab den am Blue Nein, nicht meinen Blue Alter, ich kann ja den überhaupt nicht farmen Richtig unglaublich Dem richtigen Soundy Naja Kotzt richtig hart an Äh Richtig hart Richtig hart Der Morgana ist low Und ist back Und da ist er Nuller Und die rollt die Verschiegelung Und die rollt die Verschiegelung SS top Der hat CP Morgana hat auch CP Geht mit Bot ist auch SS Aber die sind wahrscheinlich back Nautilus kommt mit Nautilus Drei Minuten Dragon Mal drei Minuten Im gebräts Im gebräts Im gebräts Ich weiß noch Im gebräts Im gebräts Einmal noch nicht ganz Einmal machen die Baron Was soll ich nicht tun Wo ist die Morgana Einmal warte mal Ah Wo ist die Morgana Hier Ich komm mit dir. Oh shit. Ich komm mit dir. Ich hab keine Ulti. Und Nuno kommt, Botlane. Da ist er. Okay. Oh shit. Deswegen sind die so Agro. Naja. Ja. Ich probier's. Ich glaub, da können Blue Buffs sein. Go. Da ist er drin, wo ich glaube ich. Okay. Okay, da ist ein Nuno. Ich glaub, die wollen den Tower haben. Warte, da kommt Nuno rauf, Lois. Da ist Nuno. Jetzt nehmen wir jetzt Ränder weg. Ah, dammit. Oh. Warte, lass mich den großen haben. Hilfe. Ach so. Oh, sorry. Oh, Hilfe. Ich hab einen Hilfeschrei gehört. Ja, Top wird dafür verloren. Push my boat. Ja, kommt über. Kannst du denn das bei irgendeinem Hintergrund die ganze Zeit ein Wecker klingeln oder so? Ja, ich auch irgendwie. Außer es ist bei mir, aber ich denk mir ja nicht. Er boostet den zweiten Tower. Ah. Wollen wir nicht ganz. Ne, es ist unmöglich gegen den ihr Team den Tower zu pushen. Alter Nautil, es ist... Oh Gott, okay. TP Morgana, TP Morgana. Er hat abgebrochen. Ja. Wow. Wollen wir nicht mit der... Old Planter. Wenn sie hier rausgehen. Müssen rennen. Dupadu. Wir gehen uns nicht im Sack. Der verdammte Morgana, ne? Nein. Na, die kriegt die doch zu zweit, oder? Pixie, nevermind. Willst du den Bubba? Venture den Kill nicht, dann den Bubba. Oh Gott. Oh shit. Machen wir lieber einen Abgang. Dupadu. Die range in dem ist der Kurs. Das ist der Kurs. Die Multilaxis ist in der Mitte. Ne, ich push noch eine Wave. Glaube ich. Der vorsichtig. Ehm, Dragon ist gleich up. Ne, aber die sind back. Soweit ich das gesehen habe. Und Nautil ist für hier. Nein, ich meine Nuno und die Boardplane. Müssen Dragon gehen. Nautil ist top, Gogo. Ja, probiert sie noch hinzuhalten, ich muss noch kurz back Ich hab ihn jetzt auch ohne dich Wirklich? Wenn Nautilus kommt, bin ich mir da nicht so sicher Ok, der Morgana kommt Nautilus ist top Ja, der TP Naja, schon klar, aber trotzdem Aber guck mal, ist mitlehn also Ich brauch aber noch eine ganze Weile Hm Ich weiß nicht, ob er das schafft Oh mein Gott, das ist das OMFG Oh shit Bako, oder? We are back and smart Darfst du locken OMFG Ich geh da rein, ich geh da rein Geh los Oh shit, meine OIT voll ins Leere geballert Ja, ich...müsse halt Ein paar Leute haben Bei mir Oh oh Der Koffer muss schaden Ah, minimal Minimal Alter Schwede Ja, sehr gut, schon wieder Jetzt werden wir so Unglaublich Solltest du nicht hingehen Pass auf, die sind echt stark Hilfe Hilfe Dieser verdammte Kock Die haben ja fast nur AP schauen Ich will weiterfighten, aber das hab ich nicht Will diesen Nunu haben Mhm Na toll Haben sie es noch rausgeschafft Tja, die verstehen was von ihrem eigenen Spiel Wir haben schon wieder Traden gekriegt Das geht's noch nicht Ja Nunu Die TPs bei denen sind zu strong Der Kock Ja, der auch Ja, der auch Der spielt Rablose, Espanyol Eine Die Die Da ist Die Die Kocken Did Die 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 Ich habe keine Zeit. Kog, A ist Mitte. Und Janna ist hier. Wollt ihr Kog? Oh, nice damage. Wow, Solo-Kill. Pushen wir mal was, Leute. Ne, wir können mal Mitte pushen. Ich bleibe noch top und habe TP. Ich bleibe noch. Shaco, erstmal Schwertes Okkulten kaufen. Den Turm können wir kriegen. Auf Janna fokussieren. Nautilus ist auf da, pass auf. Oh shit. Oh god, wenig Flash. Alter, wie viel Schaden der Nautilus macht. Ah, komm. Werde einen AP, Alter. Dafür ist er schon tanky genug. Gute mich. Naja, kauft sich Randoins als nächstes. Die sind alle so tanky. Ja, alle so tanky. Guckt ihr den an? Oh, komm schon. Oh, shit. Hab alle MPs dann. Kommt rein. Oh, komm schon. Nice, nice, nice. Komm zu mir, komm zu mir. Da ist noch ein Lowlife. Die Janna, läuft. Das ist ein scheiß Lowlife. Ja, passt der 3-4-2. Bitte, sagst du, der da ist. Warte, grad der, ne? Wo ist der Typ, bitte? Wahrscheinlich, da oben. Ja, hab's doch. LOL. Ich hab den Damage gemacht zweimal. Bitte, Rito, nerve the shit. Kann man gleich Backel fort machen bei denen. Ey. Sag's gleich, was dein Problem ist. War echt? War's ja nicht echt? Kannst du mischreiben? Das war voll komisch, holy shit. Oh, shit. Please, noch. Rito, noch. Wie gehst du mit Rito? 8-1, Shaco. Ja, gut, dass du weitergeräst von mir. Ja, 17 Stacks auf dem Okkulten schwirrt. Ja, wenigstens verwertet das gut mit seinem Stack-Atom. Gut verwertet, genau. Nehmen wir schnell Bot auch. Ja, wenn Shaco einfach nicht stirbt, dann ist es GG. Ja, der kämpft sowieso nicht wie sonst. Also da, alles zu clean. Ja. Innen hier. Das ist Midlane. Dragon in einer Minute. Gehen wir kurz zurück. Ich gehe in alle Richtungen, Dragon. Jupp. Die sind so tanky, man. Die haben zwei Tanks. Wir haben eigentlich auch zwei Tanks. Die ist ja nicht der stärkste Tank. Okay. Das entfokust mich keiner. Ne, die sind alle bei Drake und Morgana geht nochmal back. Nautilus nicht. Weil wenn die back geht, dann ist das GG. Ne, dann kommt der erst in 30 Sekunden. Achso. Da ist ein Pinky. Wollen wir reingehen? Wir können von hinten kommen. Da ist ein Pinky drin. Alles klar. Oh shit. Oh shit. Ja, guten Job. Trifft niemanden. GG. Na ja. Okay, gut. Darf es. Ich sag nur, wenn die Carry gehen und dann rät sie alle von mir weg. Ja, dass du mich ulti, dass ich tot bin. Oh shit. Das gefällt. Wir können da gar nichts machen, wir müssen rein. Pushen mit da. Ja, die Morgana-Cooley hat mich jetzt grad ein bisschen gefickt. Dritten, oder? Ja. Da ist auch ein Pinky. Das gefällt mir nicht. Hm. Okay. Das sind einfach diese Morgana-Coo's. Wenn du da einmal getroffen bist, kommst du nicht mehr weg. Ja, das Dumme ist auch, die Morgana-Coo's sind... ...ist das... ...verbuggteste... ...verbuggteste Fähigkeit ever. Die Deathcodes-Bot, dann komm ich mit. Der Typ hatte immer Schild, oder was ist das? Das checke ich grad überhaupt nicht. So gut wie immer. Ja, natürlich dreht das, ne? Was ist das? Hm. Hm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielleicht sollte meine Dragon, äh, Baron worden. Unterwegs. Da geht sie zurück. Sollte ein Kill sein, wäre ein Morgana. Wir müssen den Kill nehmen, bitte. Was? Okay, das wäre schön. Wir sollten jetzt irgendwie was pushen. Mitte wäre am besten. Aber Nautilus pushspot, ich geh mal hin. Hey Leute, geh mal auf die. Okay, Sharko nimmst du. Top. Nautilus, typisch. Wecker. Ja, jetzt können wir was machen eigentlich. Vier gegen fünf. Wo ist Morgana? Ja, die ist tot, die haben wir gekillt. Okay. Wir müssen nur auf den Typen gehen, dann ist alles okay. Komm mal. Ja, Nautilus ist noch Top-Lane. Noch. Ja, das funktioniert ja nicht, wir müssen ja auch was. Eskaliert. Ich greife jetzt an. Ja, können wir wirklich angreifen. Bitte können wir jetzt reingehen. Womit? Bei mir ist Morgana. Ja. Pink geworden, ne? Ja, irgendwas war da. Jetzt. Oh Gott, jetzt sind schnell der Tor. Alter, ich krieg nicht mal den Nautilus, äh den Nunu da. Null. Das ist doch ein Witz, wieso stirbt der denn nicht? Hm. Hm. Das war ein Kindwort. Hm. Ja, dieses Ding strinkert ja nicht. Der Wecker irritiert so sehr im Hintergrund, ey. Okay. Da ist auch einer. Okay. Irgendes abfallen. Gut. Das heißt, da und da sollten noch Worts von denen sein. Da auch. Normalerweise. Dragon. Ja. Ist schon der vierte, wenn wir den kriegen. Den können wir irgendwie nicht touchen. Und wir werden nicht so drauf gehen. Morgana ist top bei mir. Ich kann's empfehlen. Kannst du nicht probieren, ihn zu stealen mit Jaco? Also aus der Stealth raus? Ja, kann das aber nicht, wenn die überall Pink sind und das Oracle haben. Na, stimmt. Wie gesagt, Morgana ist top, ich kann's empfehlen. Die haben immer Pinkworts. Das ist auch das Problem. Ey, Jaco muss halt Cockmore. Wernen. Ja, aber die haben immer Pinkworts. Weil sie hat gerade noch Pinkworts kommt dazu. SS top. Die wollen starten. Und Wokong ist nicht hier. Ah, Morgana ist top. Ja, ich hab TP. Wenn sie reingeht, kann ich kommen. Zeig's euch, wenn ich kommen soll. Ich will Morgana top lönen. Du könntest jetzt kommen, warte. Da ist Cockmore. Ja, okay, komm. Oh, der ist von woher Pinkworts. Wow, der kommt auch. Ab den Ultimate. Na, Alter. Ich komm halt an niemanden ran, irgendwie. Wir können überhaupt nix machen. Oh, ey. Ja, Nautilus in der Nunu, die sorgen halt dafür, dass ich niemanden angreifen kann von den Carries. Morgana im Kopf. Schade. Äh, schauen wir, dass wir hätten das. Ah, ich glaub, das ist Lust. Glaub ich auch. Man kann nicht den Cockmore angreifen, weil die zwei, weil die zu viele, zum Beispiel Morgana und Nautilus, die können nicht alle weggeben. Ja. Wir kommen da nie hin. Guck dir das sagen, er ist Lust. Tja, du kannst ihn nicht in ihrem eigenen Spiel besiegen. Ja, und muss das hier? Hm. Alter, what the fuck. Sauerei hier. Alter, den Flash dennoch, ey. Ach komm. Kann man nix machen. Na ja, GG. Jetzt kommen die mit ihrem GG-WP, ey. Die Android hat nicht GG gesagt. Ja, der Fishio, der Cockmore hat nicht GG gesagt. Wie war das zu leicht? Ja. Wir haben sie gewinnen lassen, einigen wir uns darauf, oder? Ja. Bin ich auch dafür. In deren Schöne. 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 Ich bin dann im Jetzt kommt es. Schöne. Mann. Immer. Schöne. Ich bin dann doch so, Zeit die Oh. Bis zum nächsten Mal.